Mit Vector kannst du auch Handzeichnungen machen. Das Tool ist allerdings recht limitiert, aber für die Note reicht es durchaus. Das ist dieses Pencil Tool und idealerweise hast du natürlich einen Stift und zudem aktiviere ich hier das Gitter, damit ich mich etwas besser orientieren kann. Ich möchte nämlich einen Schmetterling zeichnen und hier zeichne ich jetzt nur die eine Hälfte, vielleicht etwa so und weil der ja spiegelbildlich ist, kann ich so eben gewährleisten, dass nachher dann quasi die andere Hälfte exakt identisch ist. Und jetzt wie gesagt brauche ich die andere Hälfte, das heisst ich deaktiviere diesen Stift und überfahre mal diese Hälfte. Die kopiere ich mit einem Rechtsklick oder Ctrl-C mit Ctrl-V oder mit Paste, wie das eingefügt. Und wenn das so ausgewählt ist, dann siehst du oberhalb auch diese Befehle für das Spiegeln. Also ich möchte horizontal spiegeln und jetzt kann ich das einfach noch anfügen. Ein bisschen besser gelingt es, wenn man etwas näher rangeht und mit der Pfeiltaste kann ich präziser arbeiten. Ja, du siehst, es ist relativ limitiert. Die Linien sind auch eher etwas zittrig, also es ist jetzt nicht die perfekte Lösung. Wesentlich mächtiger und auch angenehmer ist ein weiteres Tool, das ebenfalls gratis und ohne Accounts gebraucht werden kann. Das heißt, es ist ein Sketchpad und das siehst du alleine schon bei den Werkzeugen, dass du viel mehr Möglichkeiten hast mit verschiedenen Pinseln bis hin zu Sprühdosen und so weiter zu arbeiten. Also da hast du ganz andere gestalterische Möglichkeiten. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass nicht jedes Werkzeug wirklich auch vektorbasiert ist. Das heißt, nicht jedes Werkzeug eignet sich dafür als Vorbereitung für die Bearbeitung oder für ein Produkt, das dann letztendlich mit dem Lasercutter ausgeschnitten oder graviert wird. Also das muss man sich einfach bewusst sein.